Miau, willkommen zurück zu Alien Isolation. Ich sitze jetzt ein bisschen tiefer, weil mir mal wieder die Beine eingeschlafen sind. Macht ja nix, ne? So. Nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbital-Notfall-Koordinator erteilt wurde. Ich muss nach wie vor mit Sicherheit irgendwie diesen Generator anschmeißen. Ich weiß nur leider gar nicht wie. Ich guck halt nochmal. Es ist nicht mehr lange, es ist... Ich guck ja immer auf so einer Seite, wie viele Missionen es an sich sind und wo ich mich gerade befinde. Schade, es sah ein bisschen aus wie ein Hebel, ist aber gar nicht. Ähm, man weiß deshalb eben, dass wir nicht mehr viel zu tun haben. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsicht-Syntheten. Aber ich weiß halt nicht, was noch alles kommt und wie lange es dauert, ne? Tja, ich glaube hier in diesem Raum ist wirklich gar nichts. Auch wenn ich das sehr komisch finde, aber ich sehe halt nichts, ne? Wo ist denn was? Station verlassen. Ach, jetzt hängt das wieder, okay. Hier ist auch nichts, das kann doch nicht sein. Oh nein, wo ist denn... Irgendwas muss ich noch für diesen Scheiß-Generator tun, aber ich weiß nicht, was... Es leuchtet mir auch nichts entgegen. Jetzt sind wir wieder in dem Raum, in dem wir auf Besuch bekommen. Ich verstehe es nicht. Das leuchtet doch mal verdächtig hell, oder nicht? Ne. Immer dieses... Gehen Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbital-Notfall-Proordinator erteilt wurde. Der Generator braucht noch irgendwas, aber was? Und wenn mir das Spiel deshalb mal sagen könnte. Ne, das ist aber nur eine Leinwand. Schade. Ah Leute, das kann nicht sein. Ich weiß es nicht. Ich sehe nichts, wo wir was tun müssen. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsicht-Syntheten. Ich suche jetzt auf Cam, bis gleich. Hab was gefunden und musste gerade erst mal einen Alien vertreiben. Das ist aber wohl der richtige Raum. Seht ihr der hier? Hier ist ja noch eine Tür auf. Ich bin hier nie reingelaufen, ne? Mit einem anderen Raum verwechselt, oder was? Gehen Sie zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbital-Notfall-Proordinator erteilt wurde. Ah! Wo ist es jetzt schon wieder? Verpiss dich! Ich hab auf jeden Fall... Ich bin mir sicher, damit schmeißen wir den Generator an. Bin mir ganz sicher. Ich wollte doch mein Öl behalten. Ich weiß, es ist kein gutes Versteck, aber bisher reicht's wohl. Oh Gott. Verschwinde doch wieder in der Decke. Moin! Das klang... vielversprechend. Hm? Oh Gott. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Scheiße! Da hinten läuft's. Da hinten läuft's. Da hinten rührt's. Scheiße! Oh Gott! Tod! Das ist, dass mich immer nochmal umrennt. Station, emakulieren! Dies ist keine Wippung! Ich hab auch ein Timing, ne? Ich hab so schiss im Moment. Vor allem, weil ich mein Öl nicht ganz leer machen möchte. Oh Gott. Ja, Musik klingt ja sehr gut. Was soll denn diese Musik jetzt? Warum tut es das immer? Was soll ich das? Was soll ich das? Kommst du da jetzt lang? Ja. Was soll ich das? Was soll ich das? Was soll ich das? Was soll ich das? Du klingst wie ne gemeine Katze. Ich hab kein Öl mehr. Und Rennen hilft nix. Komm auch ab. Okay, nützt nix. Immer noch nicht. Ich hab nix mehr. Scheiße. Ich hab nix mehr. Okay, nochmal. Shit. Okay. Gut, dass wir so oft gespeichert haben. Gut, dass wir so oft gespeichert haben. Was machst du hier? Ich dachte, du bist hinter mir. Warum haust du nicht mehr ab? Kein Flammenwerferöl mehr. Ich muss jetzt rennen. Schade, dass die Musik aufgehört hat. Wir müssen evakuieren. Dies ist keine Wippung. Äh, ne. Ne. Ne, was? Wo denn? Wo lang? Doch, hier rein. Ich dachte, da kommst du durch. A, wo lang ist raus. Ich hab einen aktuellen Plan. Ich hab einen kleinen Plan. Ich will da heute noch durch. Ich will da heute noch durch. Obitalstabilisatoren ausweiten. Station verlassen. Station verlassen. Es ist anstrengend. Station evakuieren. Dies ist keine Hübung. Entschuldige, ich bin gerade sehr, sehr angespannt. Jetzt hängt es, das gibt es nicht. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Oh, Leute. Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ehrlich gesagt. Ich kann es nur versuchen, ob es jetzt hier wieder weg geht. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssyntheten. Deine Mutter wartet auf den, ich sag's ihr. Hier geht's nirgendwo lang. Ich dachte, jetzt geht's hiermit wieder weg. Ich hab doch jetzt aber alle... Warum nicht? Ich hab alle meine... Wo geht's denn lang? Ich hab alle meine Geräuschmacher aufgebraucht. Ja, ich weiß, wir sind jetzt hier, aber da unten gab's doch... Was heißt das? Wohnbereich, ja, das ist schön! Okay, alles umsonst. Geht morgen fleißig weiter. Ich hatte schon kurz überlegt, ob wir das diese Woche schaffen. Aber es ist eine schwierige Stelle, weil das Alien auch sehr wütend ist und wir sehr wenig Öl haben. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Naja, wir werden's wohl nochmal besuchen. Oh Gott, danke fürs Zusehen. Bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.